Hallihallo zu einer neuen Folge Sysobs TV. Wir haben mittlerweile 2020 und das ist ja das Jahr, wo Microsoft den Support für Windows 7 einstellt. Aber Windows 7 ist ja gar nicht mal das einzige Produkt aus der Serie, das eingestellt wird. Wir reden auch von jeder Menge alter Software, wie auch zum Beispiel der Office Suite 2010 und natürlich auch den Serverprodukten wie zum Beispiel SQL Server, SharePoint und Co. Und auch natürlich Exchange Server 2011, 10, nein 10, 2010, der mit verbunden oft verkauft wurde in der Suite Small Business Server 2011 oder auch damals noch älter teilweise in der 2008er Serverumgebung. Da haben wir es zu tun mit einer sehr, sehr starken Software, die halt gebündelt wurde, damals, wo die Microsoft gesagt hat, ja, also wir hauen das jetzt mal für kleines Geld raus und machen da jetzt mal ein neues Geschäft auf. Und jetzt, wie es jetzt hier, ja, sagen wir mal zehn Jahre später aussieht, darum geht es heute in Sysobs TV und hier geht es los. Und jetzt müssen wir mal darüber reden, was denn letztendlich der Exchange Server war. Der Exchange Server war der Server, der ist der Server, der Outlook mit anderen Usern verbindet, also der Outlook Server. Also Outlook braucht ja immer einen gewissen Speicher und einen gewissen Transport, also klassisch lokal würde bedeuten, du hast halt deine PST-Datei, die schreibst du rein und du hast deinen IMAP und SNTP Transfer, mit dem du quasi kommunizierst nach draußen. Wenn du das in der Serverkonstellation machst, dann hast du erstmal lokal nur vielleicht paar Cache-Dateien, also keine Mails erstmal primär, hast alles auf dem Server, greifst da drauf zu und da dort ja auch noch die anderen Mails liegen von anderen Kollegen und Termine, Kalender, Kontakte, was alles gibt, Aufgaben, hättest du theoretisch auch Zugriff da drauf und kannst diesen Zugriff natürlich auch nutzen, wenn der dir gewährt wird. Also Kollaboration, beim Kollegen reingucken, im Namen des Kollegen mal was verschicken und so weiter. Und wenn man sich das mal so anguckt, was da passiert ist seit den ersten NT-Versionen, also dem Small Business Server 4.5, dann gab es 2000, 2003, 2008, 2010, eigentlich gar nichts, außer dass es heute kein Konkurrenzprodukt mehr gibt. Wir hatten eine Anfrage von der Schule gehabt, die Schule hatte von dem lokalen Anbieter ein Angebot gehabt für drei bis vier Mitarbeiter von circa 14.000 Euro, das war Hardware-Virtualisierung, Virtualisierungs-Backup, alles drum und dran. Und wir haben im Endeffekt ein Angebot gemacht für zweieinhalbtausend Euro. Wir wollen ja heute im Endeffekt eine Alternative zu Exchange vorstellen, eben den Copano Groupware-Server und der wiederum lässt sich betreiben Standalone, der ließe sich betreiben auf Univention Huckepack und hat da eben noch den netten Nebeneffekt, dass Univention halt ein perfekter Active Directory Server oder Active Directory Connector ist. Das heißt, wir können hier mit ganz, ganz wenig Schritten dieses Produkt einsetzen. Und dieses Produkt letztendlich, das ist nicht irgendeine Bastelei, die man eben mal so nebenbei macht, sondern das ist ein Produkt, was wir schon seit zweieinhalb bis drei Jahren produktiv bei Kunden einsetzen. Am Anfang war die Kundschaft gespalten, mittlerweile ist völlig Ruhe eingekehrt, alle sind super happy damit. Und man muss im Vergleich zu einem echten Exchange-Server doch sehr, sehr wenig Kröten schlucken. Das ist natürlich kein Exchange-Server, aber im Endeffekt macht er genau das. Er verbindet verschiedene Outlooks oder E-Mail-Clients miteinander, dass man miteinander kommunizieren kann. Es geht natürlich, es wäre auch komisch, weniger als mit Exchange-Server, aber es geht so ziemlich alles, was man braucht. Und wie das aussieht, was man im Endeffekt machen kann, das will ich euch dann gleich mal hier zeigen am Beispiel. Also hier haben wir jetzt nochmal die Homepage von Copano. Und Copano kommt aus einem Projekt, was früher unter dem Namen Zarafa lief. Und Zarafa ist aber schon seit Ende 2016 weg. Und ich hatte das selber genutzt, das Zarafa, und habe das gar nicht so verfolgt. Und habe einfach nur gemerkt, ich bin happy damit und das tut und wollte das dann irgendwie mal kaufen und verlängern oder verneuern. Und dann war das irgendwie schon Copano gewesen. Und bin dann mit den Herrschaften da ins Gespräch gekommen damals. Also hier kann man mal grob sehen, was es tut. Nennen das also hier the best Open-Source-Collaboration-Software for your business. Also sprich, es setzt auf einige Open-Source-Software auf. Und dazu muss man vielleicht gleich nochmal eins sagen, dass Copano für sich alleine nicht die ganze Arbeit macht. Es setzt einfach genau da an, wo Univention und normaler Server aufhören. Das heißt, SMTP und Ministerverwaltung macht eben das Linux oder das Windows außenrum. Und das Copano sorgt quasi für den Message-Transfer und für die ganzen Aufgaben, für Postfächer-Speicherung, für Verwaltung, alles drum und dran. Das wollen wir jetzt mal angucken, wobei Verwaltung auch nur vereinzelt. Wir können uns das hier mal kurz mal angucken, was es tut. Also so würde jetzt hier so ein typischer E-Mail-Client aussehen. Und sie bieten also hier an die Messaging, File-Sharing, Calendering, Video-Meetings, E-Mail. Davon kann man unterschiedlich viel halten. Das sind verschiedene Güten an Qualität. Das so viel kann ich schon mal vorne wegnehmen. Und ja, man kann sich das hier auch mal angucken. Und ich hatte ja vorhin noch mal, zu dem Pricing komm ich ja noch mal, vorhin schon mal grob erwähnt, dass das hier ein bisschen anders aussieht. Wir gucken uns jetzt gerade mal kurz so die Client-Infrastruktur an und schauen uns mal an, was damit geht und was damit nicht geht. Ich habe hier jetzt gerade mal ein paar Screenshots gemacht, um mal zu schauen, wie sowas aussehen könnte. Also das wäre jetzt mal so hier ein typischer E-Mail-Eingang. Und hier haben wir es mit der Copano-Desk-App zu tun. Das ist im Endeffekt die Webseite, allerdings in der Applikation, sodass man Mail-To hat und ein paar andere Features wie Vorkonfiguration, dass man Browser zumachen kann, dass alles weiterläuft. Desktop-Benachrichtigungen, das würde also hier stattfinden. So, hier habe ich das Ganze mal eingerichtet auf einem IMAP-Account. Also kann man hier schön sehen, dass man im Endeffekt, ist das ein klassischer IMAP-Server, der hier mitkommt. Da wird also der Host eingetragen, der Login von dem User, die üblichen vertächtigen Ports. Das ist auf dem Mac und auf dem Mac ist halt auch dazu sagen, auf dem Mac gibt es kein ActiveSync. Das heißt, da müssen wir auf IMAP ausweichen. Das ist wirklich ein Problem. Während in iOS das alles noch drin ist, fehlt es beim Mac gänzlich. Also das prange ich heute noch an. Da kannst du auch kein Outlook oder an den Client finden. Es gibt keinen IMAP-Client auf dem, nein, Entschuldigung, kein ActiveSync-Client auf dem Mac. So, okay, schauen wir mal weiter. So würde eine Kalender-Konfiguration aussehen auf dem Mac. Also auch relativ easy. Und wenn man die Berechtigung hat, könnte man hier noch eine Ebene tiefer gehen, könnte auch auf dem Kalender von einem Kollegen zugreifen. Problem an Dashl ist erst schon mal, was es nicht geht. Es gibt keine Kontakt-Synchronisation, also kein Card-Dev auf dem Copano-Server. Da gibt es eine Bridge mittlerweile, aber das ist nicht im Bestandteil des Pakets. Wenn man das möchte, kriegt man das hin. Aber das ist echt eine große Einschränkung. Ich persönlich arbeite gerne auf der Desk-App mittlerweile und auch sehr gerne, weil die super flott ist. Also auch mit der Suche und allem drum und dran. Ultra komfortabel, ich mag es wirklich gerne. So, dann haben wir hier Card-Dev. Wie gesagt, da gibt es keine Konfiguration leider. Und dann haben wir hier zum Beispiel die Konfiguration jetzt hier unter dem eingebauten Windows-Client. Also hier würde man mit dem Typ Exchange rangehen und dann muss man sich leider hier, und das ist so ein bisschen schade, ein bisschen durchkämpfen, weil das ist so Assistenten-like. Und das heißt, man muss immer wieder überprüfen und muss weiterklicken und überprüft er wieder, bis er irgendwann mal den Account dann eingerichtet hat. Und dann kann man das auch benutzen. Was aber hier interessant ist, wenn ihr das DNS-mäßig richtig vorbereitet, also wenn ihr mehr wie drei User habt oder sowas, also irgendwie mal so 50 oder sowas, dann kann man das DNS-mäßig mit diesem Auto-Discover, das ist ein eigenes Thema, so vorbereiten, dass man hier wirklich schon noch die E-Mail-Adresse eingibt auf allen Endgeräten und das Passwort. Und dann funktioniert das, ohne dass der Anwender irgendwas wissen muss. Also das geht, steht jetzt halt hier in keinstem Verhältnis für so wenig Leute. Und Windows mit Outlook sieht es folgendermaßen aus. Man sucht also dieses E-Mail-Ding in der Systemsteuerung und man kann auch hier nicht direkt teilweise über Outlook gehen, weil Outlook einen dann wirklich in die Cloud zwingen will, er will die ganze Zeit. Und sagt, ja, du musst jetzt hier E-Mail-Adresse eingeben, dann will der Typ Exchange machen. Das funktioniert nicht. Und warum das teilweise ein bisschen schwierig ist, es gibt mehrere Schnittstellen von Exchange. Es gibt IMAP, es gibt aber halt sowas noch wie früher, dieses EWS, also die Exchange Web Services. Es gibt ActiveSync, was halt eingeschränkt ist, damit müssen wir uns dann heute rumschlagen. Und so ein paar andere und wir müssen also hier explizit sagen, womit wir es hier zu tun haben, nämlich mit einem E-Mail-Konto manueller Art. Und erst dann taucht quasi hier dieser ActiveSync auf. Den kann man dann hier auswählen und kann also hier dann seine, die typischen Daten, also Name, Passwort, Login, eingeben, wie lange man das aufheben möchte. Und man kann ganz nett, wenn man Zugriffe auf einen anderen User hat, kann man auch hierher gehen, kann einfach dann so Router und den zweiten Namen hinten dran machen. Da kann man auch einfach ein zweites Postfach hinzufügen. Und das hat einfach damit zu tun, dass ActiveSync nicht für Multi-User gedacht ist. Also wenn ich irgendwie mit öffentlichen Ordnern oder mehreren Usern arbeiten möchte, arbeite ich entweder statt mit öffentlichen Ordnern mit einem zweiten User. Das geht wunderbar. Oder ich gebe das Copano-Plugin, was es gibt, das kann das dann letztendlich leisten, das sehen wir gleich. Ich muss aber nicht jedes Mal, wenn, sagen wir mal, alle haben Zugriff auf ein gewisses Postfach-Info und dann muss nicht jeder das Passwort wissen, sondern der bekommt dann Zugriffsrechte auf dieses Passwort, auf diesen User und dann braucht er auch das eigene Passwort nicht dazu. So, und das sieht dann quasi so aus. Der bestätigt das dann, er verbindet ihn ein und dann funktioniert das letztendlich auch in Outlook. Mit dem eingebauten, erwähnten Plugin sehe ich dann noch hier die öffentlichen Ordner, wenn ich das installiere. Und ich kann also hier dann auch nochmal ein Postfach eingeben, auf das ich Zugriffsrechte hätte und kann mir dann dementsprechend seine Ordner öffnen. Und wenn ich die Rechte habe, auch im Posteingang Support in dessen Namen senden letztendlich. Genau, das Ganze erscheint dann hier in der normalen Baumstruktur. Die öffentlichen Ordner würden hier unten in der Copano-Ordner auftauchen. Und im Endeffekt war es das eigentlich schon gewesen, was es erstmal dazu zu sagen gibt an der Stelle. Das heißt, wir haben im Endeffekt das, was der Anwender sieht den ganzen Tag. Er hat seinen Posteingang, seinen Postausgang, seine gesellen Objekte, seine Kalender. Das hat er auf allen Endgeräten. Handy, Android, iOS, einfach Login, Name, Passwort eintragen, wie ich schon gesagt habe. Und dann funktioniert das erstmal. Ich beobachte sowieso immer wieder den Trend in letzter Zeit, dass so eine Feature-It ist. Das Letzte, was wir heute wollen, wir werden den ganzen Tag zugebombt mit neuer Technologie, müssen damit irgendwie klarkommen. Und das ist doch so ein schönes Keep it simple and stupid, was wirklich fein ist. Das heißt also im Endeffekt, wenn ich jetzt hergehen kann und kann für kleinen Aufwand, kleines Geld, mir so einen Server installieren und den auch betreiben und weiß, durch eine stabile Quelle wie uns zum Beispiel, dass man das auch auf Dauer tun kann, dann ist das doch wirklich ein Segen. Im Endeffekt funktioniert das Produkt erstmal komplett uneingeschränkt und man kann dann quasi für kleines Geld, das geht los ab 15 Euro pro User pro Jahr, nicht pro Monat, wie das bei Microsoft ist, kann man da Support kaufen und kann den auch letztendlich per Mail, Forum, Telefon dann auch in Anspruch nehmen letztendlich. Die Einschränkung, wie gesagt, grob erklärt, also auf dem Mac sieht es wirklich nicht so gut aus. Genauso wie Linux, da gibt es keine ActiveSync-Clients letztendlich. Handy, das funktioniert, das nimmst du in die Hand, lockst dich ein, zwei, drei Accounts. Was dort nicht funktioniert, sind öffentliche Ordner. Im Endeffekt hat es sich dabei auch angeboten, einfach herzugehen, dann irgend so einen User einzulegen und eben dann zwei User auf dem Handy einzurichten und der macht dann eben den oder die gemeinsamen Kalender. Das ist dann wirklich kein Problem, das funktioniert uneingeschränkt. Wie ist denn dieses Copano letztendlich aufgebaut? Das kommt mit einem Kern daher, wir gucken uns jetzt gleich mal die Installation an. Es kommt also mit so einem Kern daher, also einfach erstmal ein Grundprodukt und da ist erstmal nur IMAP dabei im Prinzip und die Grundfunktionalität. Damit kannst du eigentlich dann, wenn du einen PostFix-Server hast, in Kombination mit PostFix macht er dann seine Mails, der IMAP-Server, das Copano Gateway, würde dann quasi die Zuordnung zu den Postfächern machen. Das ist nicht zeitgemäß, deswegen gibt es dann zwei weitere Module. Zum einen mal die Copano Web-App, die auch als Desktop auf dem Desktop daherkommt. Das heißt, das ist das Ding, was wir vorhin gesehen haben, was aussieht wie ein Outlook, nur im Web und eben dazu für alle Betriebsthemen so eine kleine Applikation, die du ganz normal im Icon starten kannst, die vorkonfiguriert ist und mit der du dann letztendlich deine Arbeit machst. Hast aber keine Kopie lokal. Also das heißt, wenn du da einen großen Entwurf hast und nicht speicherst, einen Server-Noboot wäre die Mail natürlich weg, das haben wir auch schon gehabt. Aber damit kann man wirklich super gut arbeiten und ist mobil sowie auch lokal da wirklich gut dabei. Und das ist eigentlich wie bei jedem Produkt. Also die beste Experience hast du mit dem nativen Client. Und bei Exchange wäre der native Client eigentlich Outlook. Das heißt, in der Web-App ist nicht alles da. Und bei Copano ist das anders. Da ist die native App, ist die Web-App und da ist alles drin. Da hast du die perfekte Experience, da funktioniert alles in jeder Konstellation. Wenn du dann Richtung Outlook gehst, könnte es sein, dass ein hunderttausendsten Unter-Freigabe-Gedöns-Kalender-Kombination, dass du dann schon mal irgendwie auf komische Sachen stößt. Aber ich muss sagen, wenn du dieser Kunde bist, der so tief reingeht, dann willst du vielleicht wirklich einen Exchange-Server haben oder willst zu Office 365 gehen. Wir sprechen hier von Kunden, die im oberen Mittelmaß vernünftige Kollaborationen wollen. Also wir haben das bei Kundenlaufen jetzt schon bis zu 100 User in der Skalate. Da wirklich super. iOS und Co. und Outlook, das wäre dann ActiveSync. Und da haben die ihren eigenen Open-Source-Server. Das ist Z-Push, der wird da mit installiert. Und dann funktioniert das eigentlich schon out of the box. Und wie einfach das QR funktioniert, das schauen wir uns jetzt gleich mal zusammen an, dass ihr mal seht, wie easy man sowas wirklich umsetzen kann. Und da ist auch wirklich kein Haken dabei oder sowas, sondern so wie es jetzt zeigt, funktioniert das. Und so könnt ihr das ohne Risiko auf lange Zeit betreiben. Klar müsst ihr ein Backup machen. Wenn ihr das Ganze auf eine Virtualisierungsplattform schafft, wie Proxmox mit ZFS, da kann auch nichts passieren. Wenn wirklich mal ein Crash kommt, dann kann man das zurückrollen. Ja, so wie beschrieben, habe ich es ja gerade erklärt. Also so schaut hier mal die Oberfläche von Univention aus. Das ist eine Testlist, das ist nicht schön. Das ist funktionell und nett. Und dort kann man eben unter Software diese Dinge hinzufügen. Da kann man jetzt mal schauen, wenn man hier in Updater reingeht, ob da noch irgendwas zu aktualisieren wäre. Wenn das erledigt ist, kann man also hier diese verschiedenen Dinge finden. Da geht es halt los hier mit dem Copano Core. Und dann kriegst du hier erstmal ein erzählt, was man damit bekommt letztendlich und wie das gepflegt wird. Wichtig ist, dass die ganze Oberfläche GUI hier ins Univention verlegt wird. Das schauen wir uns dann auch nochmal zum Ende hin an, wie das gemacht wird. Ja, und der Hinweis, dass man auch noch Copano Web App und ZPush installieren sollte, damit das hier auch letztendlich mal komplett ist. So, da kriegt man alles erklärt. Also ich drücke jetzt hier quasi im Endeffekt nur auf Installieren hier oben. Und dann wird das nochmal das System geprüft. Und hier geht auch wirklich Copano her und Univention versuchen, dass das genau zur Plattform passt. Also wenn dir dein Copano zu neu ist, dann wird das nicht abgedatet. Wenn dein UCS zu alt ist und so weiter. Die gucken immer, dass die Versionen zusammenpassen. Da komme ich gleich noch drauf, nämlich relativ bald. So schaut das aus. Das wird dann installiert. Dann rödelt das eine Minute oder zwei rum. Und dann ist das schon da drauf. Das machen wir dann auch nochmal mit der... Genau, also erstmal, wenn du hier fertig bist, kriegst du mal einen Hinweis, dass dann da steht, es gibt hier die Möglichkeit, die Copano Package-Repositories zu nehmen. Und das hat es dann auch im Endeffekt dann auf sich hier mit der Lizenzgeschichte. Also, wo fange ich da an jetzt am besten? Ich bin am Anfang ziemlich ins Messer gelaufen, hatte echt ein paar größere Probleme gehabt mit den Updates. Also die Idee ist, dass du bei Copano hier die Nummer kaufst und dann neuere Versionen kriegst, als die Univention sie ausrollt. Also die Univention hat die 8.5 und du bist dann irgendwie schon auf 8.7 oder sowas. Das ist die Grundidee, dass du moderner bist, sicherer bist, alles drum und dran. Univention haut das halt mit Copano zusammen halt, keine Ahnung, im halben Jahr, einmal im Jahr raus und dann ist das eine stable Version, dann ist die gut. Das Problem ist ganz einfach nur, dass ich persönlich schon 2-3 Mal ins Messer gelaufen bin, wo eben dieses Zusammenspiel nicht gut funktioniert hat und ich hinterher böse nachbessern musste. Also vor 2 Jahren war es mal richtig schlimm, da war dann alles kaputt nach dem Update, nach dem größeren, wo sie Bremsen reingehauen haben und vor ein paar Wochen wieder. Es hat aber herausgestellt, dass man im Endeffekt so leicht, wie man das jetzt hier drauf kriegt, so leicht kriegt man es wieder runter, deinstalliert und installiert es wieder drauf und dann ist die Datenbank und die Konfiguration noch da und dann funktioniert es auch wieder, ist halt ärgerlich. Deswegen würde ich empfehlen, unterstützt Copano, kauft die Lizenzen, spielt aber die Lizenz hier nie ein und nehmt die Version, die Univention raushaut. Ja, das ist jetzt Anfang 2020 der Stand, das kann also in 2 Monaten schon wieder anders aussehen. Also das ist jetzt so meine persönliche Erfahrung. Jo, also hier könnte man die dann eintragen und dann bekommst du quasi einfach ein anderes Repository und dann ist das Zeug neu. Grundsätzlich eine gute Sache. So, dann Z-Push, das ist diese Active Sync Komponente, wird genauso installiert, rödelt sich drauf und auch hier wieder der Hinweis, dass man hier diese verschiedenen, auch bei der Web App hier diese verschiedenen Update-Zweige reinmachen kann. Man kann sich da auch zum Beispiel, hoppla, man kann sich dann auch zum Beispiel eine Kombination machen und sagt, okay, ich gehe mit der Web App immer ein bisschen neuer, sofern die wieder kompatibel zum Core ist, weil ich da gerade neue Funktionen habe. Die bauen dann so Sachen ein, wie EML-Support oder Kontakte-Import und alles Mögliche. Also das ist schon echt cool, was sie da einbauen. Das gucken wir uns gleich nochmal in der Praxis an. Muss man einfach wissen, was man da tut. Einfach mal ausprobieren. Am besten vorher Snapshot machen, ausprobieren. Und vorher am besten Snapshot machen, Postfix anhalten, Update machen, alles testen, wieder hochfahren und dann seid ihr da wirklich auf der sicheren Seite. Nur wir machen das halt in einer ganz anderen Dimension. Also wir haben locker schon 20 Installationen da von draußen. Also da ist es ein bisschen schwieriger. So, damit das alles funktioniert, ist Active Sync und Web App natürlich HTTPS-basierend. Das sollte man auch ein Zertifikat haben. Und wenn man das nicht schon gekauft hat, dann macht man das einfach über dieses Modul in Univention, Let's Encrypt. Und das installiert man, tippt da oben hier so seinen Namen an, nimmt also hier Apache und Postfix rein. Das sind die wichtigsten Dienste erstmal, die ihr braucht, damit das Zertifikat hier für alle Clients funktioniert. Und das ist echt ein Problem, wenn aktuelle Handys, die machen da einfach, die verweigern den Dienst. Wenn du da kein Zertifikat drin hast, dann die scheißen die ein. Also da ist dann vorbei. Und ihr solltet euch irgendeinen, wenn ihr so etwas macht, so einen Reminder-Dienst oder ein Monitoring für das Zertifikat machen oder besser ein Zertifikat kaufen und euch einen Kalender stellen, damit es frühzeitig erneuert wird. Das ist echt nicht mehr lustig heute. Im Univention selber, wo die Verwandlung stattfindet, muss man eigentlich schon seine E-Mail-Domänen eingeben und einen primären Absender, eine primäre E-Mail-Adresse in das Active Directory-Feld E-Mail. Man kann da auch, und das ist eigentlich auch genauso interessant, Active Directory hat nur ein Feld für E-Mail. Das ist dann quasi ein Feld von Univention und Active Directory und weitere E-Mail-Accounts. Und ist das ein Copano-User und wer darf vorzugreifen, das läuft einfach dort in eine eigene LDAP-Datenbank. Das ist so gehandhabt. Ja, und dann kannst du hier einfach die User auswählen und kannst die also hier mit Copano-Account markieren. Und dann hast du hier eben, wie gesagt, ganz wichtig, hier muss eine E-Mail-Adresse stehen, Copano-Account muss an sein. Und dann ist der da. Du kannst noch mehrere auf einmal auswählen im Nachhinein, wenn du zu spät dran bist und kannst dann im Endeffekt hier sagen, das ist ein Copano-Benutzer. Machst hier den Haken bei Überschreiben rein. Und ja, jetzt hatte ich mich hier beschwert, dass die primäre E-Mail-Adresse fehlt. Und wenn die nicht fehlt, dann hast du eben hinterher die ganzen User mit Postfach drin. So, dann kann es ja noch die Konstellation geben, dass du ja keine feste IP-Adresse hast, die was taugt. Und vielleicht über einen Relay-Host gehst, wie zum Beispiel deinen E-Mail-Provider oder über so einen Dienstleister wie uns. Also wir haben da ein zentrales E-Mail-Gateway für die Kunden und tragen dann im Endeffekt hier den Relay-Host hier ein. Das heißt, darüber wird alles rausgeschickt. Und der Server, der die da empfängt, der bekommt im Endeffekt hier die Mails hier direkt zugestellt. Also das je nachdem, was eure Internetleitung da leistet. Also ihr solltet auf jeden Fall für E-Mail selber zu hosten, eine feste IP-Adresse haben, ein Reverse-Lookup und dementsprechend SPF-Eintrag. Center-Preferred-Framework. Das ist nicht so kompliziert. Und dann sollte das auch funktionieren. Aber bei Fragen gibt es ja immer noch die SysOps, weil wir helfen euch dann auch dabei. Ja, dann hast du im Endeffekt, hast du ja schon vorne dieses Let's Encrypt-Zertifikat bekommen. Es gibt so eine Variablenverwaltung in Univention. Und da gibt es halt x-tausend Variablen, die du setzen kannst. Die hat er jetzt automatisch gesetzt. Manche Variablen sind zum Abfragen da. Manche lösen sofort eine Konfiguration aus. Und was du dann machen solltest, ist eventuell, wenn du IMAP benutzt, dieses Zertifikat auch noch jeweils hier eintragen unter diesen beiden Variablen. Weil das nicht automatisch vorgesehen hat, dann hättest du auch IMAP mit dem gültigen Zertifikat. Das kann man hier machen. Und genauso, hier kann man das dann auf die URL ändern, einfach mit dem Let's Encrypt, die wir da vorhin gesehen haben. Das sind hier die Stellen. Und dann kann man hier zum Beispiel auch in der Kommandozeile hier mal schön schauen. Mit copano admin-l bekommt man also hier auch die User aufgelistet. Und auch hier findet sich eine große Menge an super Tools, wie zum Beispiel auch die Frage, wie kriege ich meine Mails da rein? Das ist auch eine interessante Frage, auf die ich jetzt mal sofort eingehen möchte. Also für alle, die im Endeffekt Angst vor der Kommandozeile haben und nicht wissen, wie sowas geht, denen würde ich ans Herz legen, wenn ihr nur ganz wenig Postfäsche habt, geht in euer altes Outlook. Sorgt dafür, dass alle Haken an sind, dass alle Mails synchronisiert werden, also auch in ältere Zeit mit Anhängen drum und dran. Und exportiert die in eine PST-Datei. Dann konfiguriert ihr euren neuen Copano-Client und importiert das Ganze wieder. Das ist deppensicher. Wenn ihr viele User habt, könnt ihr das mit dem Export von Exchange Server machen zum Beispiel. Ab 2010 Service Pack 1 gibt es ein Commandlet, mit dem ihr mit einem Schlag, wenn ihr wisst, wie das geht, alle Postfächer in eine PST schreiben könnt. Und die gibt es mit dem Copano Migration Tools für PST, könnt ihr die wirklich importieren. So nach dem Motto, ja, Programmname, PST-Name und dann Postfachname. Also da machen wir dann meistens auf dem, wir machen eine Windows-Freigabe. Die Windows-Freigaben mounten wir auf dem Copano-Server und können es dann direkt dort wieder importieren. Und nachdem nicht jeder Client sauber geschrieben hat, früher gab es auch Bugs, gibt es dann so ein FSK-Tool, mit dem man das noch bereinigen könnte. Muss man aber nicht zwingend. So, alternativ könnt ihr natürlich auch Online-Dienste nehmen, die von IMAP zu IMAP das Ganze konfigurieren. Ihr könnt es auf der Absenderseite, auf der alten Seite machen. Und auch hier gibt es das Copano Migration IMAP, was in Wirklichkeit das Tool IMAP-Sync ist, was ganz viele Konstellationen macht. Da wir ein bisschen aufpassen, im Vornherein genügend für genügend Platz sorgen, weil wenn du hier IMAP benutzt, kann es sein, dass der Speicherplatz teilweise doppelt benutzt wird, was die Anhänger angeht. Das ist ein technisches Detail. Also da ist es nicht so ganz optimal im Endeffekt. Es gibt jede Menge APIs und Kommandozeilentools, um ganze Postfächer zu löschen, um irgendwas zu automatisieren. Es gibt die Möglichkeit, Kalender für andere freizugeben, reinzugucken, also Multikalender. Ihr könnt da Abwesensatzassistenten machen, ihr könnt Regeln machen. Also alles, was man irgendwie so mit Outlook so gewohnt ist, kann man da tun, natürlich auch Dinge tun, die natürlich nur funktionieren, wenn ihr Outlook nicht geöffnet habt. Also wenn du jetzt einen Abwesensatzassistenten machst mit Outlook, dann müsste dieses Outlook ja laufen, um einem potenziellen Mail-Sender die Möglichkeit zu geben, mitzubekommen, dass ihr nicht da seid. Also das macht euch der Server in so einer Situation. Spam-Filter wäre eingebaut, das kann man machen, das kann man auch lassen. Dann, wie gesagt, IMAP und es ist eine unglaublich große Anzahl an Features und ich würde jetzt auch an der Stelle dem Ganzen nicht gerecht werden. Ich kann nur sagen, also wir, die Sizzards, benutzen das jetzt seit zweieinhalb Jahren. Also man muss den Mitarbeitern schon relativ deutlich mal nahelegen, sich mal mit dieser Copano-Desk-Gab auseinanderzusetzen. Das Geschrei ist immer erstmal riesengroß, ich will Outlook, ich will Outlook, aber es im Endeffekt bedient sich wie Outlook. Und wenn du den Leuten sagst, ja hier Leute, also in der Migrationsphase pass mal auf, also ihr habt hier den alten Web-Mailer, da habt ihr eure Mails noch bis die neuen, bis die wieder da sind. Hier kommen die neuen Mails hin und die kommen dann gleich da rein und arbeit doch mal so. Dann tu mal ein bisschen blöd und lass die mal zwei, drei Tage mal mit dem Ding arbeiten und dann brauchen die auch keinen Outlook mehr im Endeffekt. Also wenn die Outlook brauchen, dann haben die ganz driftige Gründe, dass das irgendwelche MAPI-Konstellationen sind mit Plugins, die der Kunde braucht für seine Branchenapplikationen. Aber um zu arbeiten, ist die Desk-App definitiv schneller als Outlook und nach deutlich übersichtlicher. Die kann man auch schon customizen mit Schriften, alles drum und dran. Da kannst du eben diese Web-Meetings reinmachen, da kannst du ein On-Cloud integrieren, da kannst du dein Zertifikat reinpacken. Das ist alles, also mit der Pathways allerdings, das ist alles möglich. Und wenn man überlegt, dass man sich hier wieder ein großes Stück unabhängig macht von Microsoft, ist das für uns wirklich eine tolle Sache, weil wir machen zwar Microsoft weiter, weil es hat ja nicht viel passiert in den letzten Jahren. Also im Endeffekt haben wir Exchange-Server immer weiter gemacht, immer weiter gemacht und wir können das jetzt. Das ist ein gelöstes Problem, aber es macht halt irgendwie keinen Spaß und es ist jedes Mal ein Riesengeschiss von den einen zur nächsten Version. Wenn ich hier bei Univention mit Copano die Updates automatisch einstelle, habe ich auf Monate Ruhe. Also das macht es halt, das funktioniert dann. Klar, also wir haben es jetzt so gemacht, dass wir bei uns Freitagmittags einen automatisierten Snapshot haben, dann macht er die Updates und wenn es bei mir mal auf die Fresse fliegen sollte, dann weiß ich, dass ich bei den Kunden nicht ausrollen sollte. Und selbst wenn ihr da automatische Updates eingestellt habt, kann man das sagen, ja, mach mal nur bis zu dieser Version. Aber der Fakt ist, also bislang meine Erfahrung, ich habe auch mal jemandem Spaß gemacht und habe das mal, weil ich für die Migration meine ältere Univention-Version gebraucht habe und habe das mal über Jahre hinweg upgedatet, also fünf Jahre Updates mal gemacht mit einer alten Version gestartet von Univention, dann Copano drauf. Das ist kein Problem. Und im Endeffekt, wenn ihr überlegt, dass ihr jetzt in kürzester Zeit mit Univention, mit diesem Active Directory Takeover, den File-Server-Funktionen, Print-Server-Funktionen, Exchange-Ersatz, von hier auf jetzt ein super schlankes, was einen Bruchteil an Ressourcen braucht, von dem was ihr vorher hattet, ein modernes System bekommen könnt, Open Source, kann man sich einfach mal diesen ganzen Microsoft-Kram, wenn man das nicht wirklich braucht, also es gibt wirklich triftige Gründe, warum man das will, kann man sich das vom Hals schaffen und hat hier einen zufriedenen Kunden letztendlich. Und das macht richtig Laune. Ich würde ganz gerne euch nochmal ganz kurz mitnehmen, nochmal zur Verwaltung. So, das gefüllte Horn sieht bei mir so aus. Ich habe also hier in dem Univention meine Copano, meinen MetaMost, auch von denen, soweit ich das weiß, nutze gerade ein Kunde von mir, meine Augen-Cloud, hier ein Office 365-Connector zum Testen. Und im Endeffekt hier meine Univention-Verwaltung. Und dann gucken wir uns jetzt gerade mal so einen typischen, gescherten User an, dass man sich da mal vorstellen kann, wie das aussieht. Kleiner machen. Also hier wäre jetzt die Benutzerverwaltung letztendlich. Und da kann man schon sehen, wo da hier genau die Trennung ist. Also du hast hier, ich nehme jetzt mal hier diesen besagten Support-Account, mit dem wir alle arbeiten. Und dann hast du hier, also wichtig ist, dass man hier zum einen mal eine E-Mail-Adresse drin hat und diese Domain muss in der E-Mail auch hinterlegt sein, dass er weiß, was seine Domains sind letztendlich. Und damit würde, das wird schon reichen, damit man hier kommunizieren kann. Copano-Flag hier, das wird automatisch reingepatcht. Da gibt es also hier Copano-Benutzer, Admin und so weiter oder Kontakt. Der muss gesetzt sein und dann aktiviert sich das. So und hier siehst du jetzt, dass zum Beispiel Christian Stellvertreter wäre und Markus Stellvertreter wäre. Und Stellvertreter wird jetzt auch nochmal der Tobias zum Beispiel. So und die dürfen dann auch in dem Namen des Support-Nutzers schicken. Also reingucken ist nicht das Gleiche wie damit versenden, also in dessen Namen auftreten. Und wenn du jetzt hier, das sind alle so Felder, die da nicht mehr hingehören. Also das wäre jetzt schon eine Copano-Funktion. Genauso wie du hier Adressbuch ausblenden und so weiter, Quotas, was so alles dazugehört, findest du hier. Und das wäre quasi hier das Active Directory-Feld hier. Und was darüber hinaus geht, sind Felder, die du auch, wenn du jetzt den als Connector benutzt, nicht in Active Directory landest. Das wäre nämlich hier erweiterte Einstellung Mail. Hier findest du die weiteren E-Mail-Adressen dieses Postfachs letztendlich. Also das ist ein bisschen verstreut. Und wenn man den Zusammenhang mal verstanden hat, ist es eigentlich gar nicht so schwierig. Hopp, jetzt habe ich das Bild weggedrückt. Man muss es halt nur wissen, deswegen zeige ich es euch. Und da muss man keine Angst vor haben. Das heißt im Endeffekt, Univention drauf, in den App Store gehen, das Ding installieren, Relayhouse setzen, Zertifikat setzen, Daten übernehmen, da kann es losgehen. Ja, spannender wird es nicht. Also von meiner Seite her Daumen hoch. Und auch nochmal hier vielen Dank an Herrn Kümmeler von der Copano Support Hotline, der mir schon sehr, sehr viel geholfen hat. Und ich denke auch nicht, dass es heute das einzige Video zu dem Thema bleibt, nur irgendwann mal muss man damit anfangen. Deswegen habe ich es heute mal relativ kompakt gehalten. Wenn auch ihr quasi Copano toll findet und Fragen dazu habt, dann könnt ihr die im Forum oder auch an uns stellen. Wir verdienen halt unser Geld damit. Wir können auch euch dabei helfen, die Migration von Server 2008, Exchange 2010, Small Business Server 2011 durchzuführen. Da müsst ihr rechnen, circa einen Tagessatz bis zwei Tagessätze, je nachdem, was da für ein Aufwand betrieben wird. Ja, wir haben da schon so ziemlich alle Fehler gemacht, die man so machen kann. Also wir haben das mittlerweile auch dokumentiert und haben da so unsere Verfahren, wie man da am schonendsten für die Mitarbeiter da durchkommt. Was auch schön ist, wir haben noch ein schönes Mail-Archiv im Angebot, noch dazu Backup-Strategie, Restore-Strategie, Migrationsstrategie. Also da ist eigentlich alles, was man so braucht. Ja, deswegen würde ich sagen, frohes neues Jahr 2020. Da stehen wir nämlich gerade und würde mich freuen, den einen oder anderen Zuschauer von euch auch bei uns als Kunde begrüßen zu dürfen. Wir haben hier noch Kapazitäten, weil wir relativ wenig Werbung gemacht haben und ein Projekt schneller fertig war, als wir dachten. Also wenn ihr da jetzt noch auf dem letzten Meter was machen wollt, dann ganz schnell ans Telefon und mich anrufen unter 061 20 200 888 und zu sagen hier, wir hätten gerne einen Ausweg aus der alten Situation und wir machen das auch mit sehr, sehr wenig Betriebsunterbrechung. Ja, das war es wieder für eine kompakte heute, aber sehr, sehr wertvolle Folge Sysops TV und vergesst nicht hier bei YouTube den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, denn nur dann verpasst ihr auch nichts, was hier kommt. Und berücksichtigt auch den tollen Kanal ZFS Rocks, indem wir die ganzen ZFS Baustellen abfrühstücken. Da kommt auch in Kürze wieder was. Ich freue mich drauf und auf Wiedersehen Zuschauer. Ich freue mich drauf und auf Wiedersehen Zuschauer.